Ich bin Christoph Mandri und am Fachbereich katholische Theologie habe ich die Professur für Moraltheologie und Sozialethik und beschäftige mich mit ganz vielen Fragen Medizinethik, Ethik im Gesundheitswesen, Narrative Ethik und gerade aber bin ich in einem Schreibprojekt, was eigentlich ein kleines Projekt ist, nämlich eine Buchbesprechung und dafür lese ich dieses Buch natürlich und es handelt sich um ein Sammelband, der versucht die christliche Sozialethik, das ja das Fach ist, was ich vertrete, von der kritischen Theorie und sozusagen als Sozialkritik zu verstehen. Prägend für so einen Schreibprozess ist für ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Qualifikationsarbeit, die sie geschrieben haben und das war für mich natürlich die Dissertation, das erste große Langzeitprojekt nach den Abschlussarbeiten und das habe ich noch in sehr intensiver Erinnerung, weil ja da macht man auch Krisen durch und lernt auch selber, wie man dann mit diesen Krisen umgeht, insofern gibt es sozusagen ein ganz deutliches Vorher oder Nachher der Dissertation, jedenfalls in meiner Erfahrung und das ist eine richtige Schreiberfahrung und Denkerfahrung, an der man ja idealerweise wächst. Was sicher sehr motivierend auch gewesen ist, ist der Moment, wo man den Eindruck hatte, es lichtet sich und nach den vielen Sachen, die man gelesen und auch schon geschrieben hat, wird jetzt deutlich, wo man eigentlich hin möchte. Es wird so konkret, dass man auch am Schluss den Eindruck hat, jetzt kann ich es auch wirklich hinschreiben und ich habe noch schon in deutlicher Erinnerung, wie ja nach sozusagen zehn Jahren des Forschens und Schreibens ich dann gewissermaßen rauschhaft die letzten Kapitel hingeschrieben haben, wo ich in sehr kurzer Zeit deutlich mehr Text produziert habe, als mir das je zuvor gelungen ist und da kamen viele Fäden zusammen und es war auch eine sehr motivierende Erfahrung. Was ich ganz wichtig finde und was zum Teil auch wirklich schwer ist, ist, gerade wenn man sich mit anspruchsvollen Texten beschäftigt und vielleicht zuerst auch gar nicht ohne weiteres versteht, wo das Problem liegt oder worauf der Text hinaus will und ob er mit dem Problem eigentlich auch fertig wird, dass er eigentlich zum Thema gewählt hat, ist zu versuchen, das nochmal in eigenen Worten zu formulieren und das damit gewissermaßen zu übersetzen, ganz häufig auch aus einer sehr elaborierten Fachsprache in eine Sprache hinein, die also jetzt vielleicht nicht unwissenschaftlich ist, weil das ist ja dann doch ein sehr weiter Weg, aber in eine einfachere Sprache und eine Art von Problemreduktion vorzunehmen und sich klarzumachen, wo liegt eigentlich genau das Problem, was ist der Kern der Sache und was sind die Dinge, die da noch drum herum kommen und das Problem vielleicht noch genauer beleuchten und sagen, wie kommt man sozusagen von diesem Kern aus zu der Art von Lösung, die der Text vorschlägt, sozusagen in ganz groben Zusammenhängen und ich glaube, was einem eher, also am meisten hilft, ist zu sagen, ich habe ja schon ganz vieles verstanden, vielleicht nicht von diesem Text, sondern unabhängig davon aus meinem Studium, aus meiner eigenen Lektüre, womit kann ich das eigentlich am besten in Verbindung bringen und gibt es nähen Verwandtschaften zu anderen Fragestellungen, die ich schon bearbeitet habe und wo ich den Eindruck habe, die habe ich ganz gut verstanden, um mir dann klarzumachen, was ist der Unterschied, aber wo sind auch die Zusammenhänge und sehr hilfreich ist es natürlich auch, wenn man jemanden hat, mit dem man das besprechen kann, mit dem man einfach sagen kann, ich erkläre dir mal das Problem und du erzählst mir, ob du es verstanden hast, ob es wirklich ein Problem ist und dann versuche ich sozusagen mein Verständnis daran zu gewinnen, dass ich jemandem anderen versuche zu erklären, wo eigentlich das Problem liegt oder wo die These des Textes liegt, mit der ich mich gerade beschäftige. So am Anfang habe ich das eher so gemacht, dass ich im Hauptteil eines Textes, einer Hausarbeit, einer Abschlussarbeit sehr stark dargestellt habe, was sagen die Theorien, mit denen ich mich beschäftige, wo liegen ihre Probleme, wie versuchen sie das zu lösen, wo ist die Lösung überzeugend oder eben auch nicht und das habe ich dann sehr stark in der Wissenschaftssprache sozusagen aus dem Text, in der unpersönlichen Formulierung hervorgehoben und dann am Schluss meine eigene Reflexion angeschlossen, auch ohne ich, weil das ja extrem verpönt gewesen ist, ich glaube, das hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber in so einer Art Zwei-Phasen-Text, ja, am Anfang wird dargestellt, wie der Theoriestand ist und am Schluss kommt dann die Auswertung und das ist die einfachere Sache, lässt sich einfacher bearbeiten und entspricht irgendwo ja auch so einem Denkprozess, erst versuche ich zu verstehen, was die anderen sagen und danach schließe ich meine Reflexion an und häufig ist es aber, wenn man etwas mehr Sicherheit gewinnt, ja, vielleicht auch spannender, die Diskussion schon mit der Darstellung in Zusammenhang zu bringen. Und dann ist es natürlich wirklich ganz wichtig zu unterscheiden, wo ist Darstellung und wo ist Kritik oder Reflexion da drauf. Und ich finde, man kann ich einsetzen, das sollte aber eher sparsam sein, aber es gibt ja solche unpersönlichen Formulierungen, mit denen man gut sozusagen Eigenanteil und Darstellung voneinander abgrenzen kann. Also natürlich, man kann häufig sagen, der Autor schreibt oder dem Autor zur Folge, um den Text der anderen zu markieren und dann die eigene Position oder die eigene Reflexion davon abgrenzen, indem man dann sozusagen Fragen in den Text schreibt zum Beispiel und dann versucht zu beantworten und dadurch deutlich macht, dass man hier eine Frage an einen Text oder an einen Autor, wo eine Autorin stellt und davon sozusagen die eigenen Überlegungen abgrenzt oder daran anschließt. Oder man nimmt andere Formulierungen, die auf unpersönliche Weise sagen, aber hier drängt sich ein Einwand auf oder nicht klar wird an dieser Stelle, ob und solche Sachen. Das kann auch mühsam werden, weil das ja sozusagen ganz offensichtlich ein Subjekt vermeidet, aber sagen permanentes Ich ist natürlich auch ein bisschen penetrant irgendwo. Da muss man ein bisschen die Dosierung finden. Also was ich glaube, was wirklich hilft oder was auch wichtig ist, einmal für die Organisation der eigenen Gedanken dann in einem Text, aber gleichzeitig dann auch den Text für andere verständlicher macht, ist klare Textsignale einzubauen. Also zu sagen, jetzt habe ich folgende Schritte vor mir oder ich stoße hier auf ein Problem, auf das ich später zurückkommen werde, dann muss man aber natürlich auch wirklich darauf zurückkommen und dann schreibt man, hier ist jetzt auf die Frage von des letzten Abschnittes zurückzukommen, dann wiederholt man sie und versucht sie dann zu bearbeiten. Und es ist auch immer gut, Ergebnisse zusammenzufassen, dann sollte man natürlich versuchen, die Ergebnisse nochmal in leicht anderem Wording auszudrücken, als es im Prinzip wortwörtlich zu wiederholen, was ermüdend ist, sondern irgendwie versuchen dann nochmal dadurch auch gleich die Überleitung zum nächsten Teil zu gewinnen, indem man sagt, ich habe jetzt zeigen können Folgendes, es bleiben aber noch weitere Fragen übrig, nämlich diese, jene und solche und zu der geht man dann im nächsten Abschnitt über. Also was glaube ich wirklich hilfreich ist, ist selber viel zu lesen und ich habe das zum Teil auch richtig kopiert, wenn ich gedacht habe, das ist einfach mal ein wirklich gut geschriebener Text oder dem kann ich toll folgen, zu schauen, welche Strategien hat der eigentlich eingesetzt, dass ich so gut folgen kann. Und auch, welche Formulierungen hat er vielleicht verwendet, die ich dann für mich übernommen oder angepasst habe, aber wo ich gedacht habe, das sind so Tricks, mit denen ein Text wirklich lesbar und verständlich wird und wo auch Gedanken gut organisiert werden. Und ich glaube, das lohnt sich einfach in Texte reinzuschauen, die man gut geschrieben findet, um von denen zu lernen, wie man auch um bestimmte Klippen eigentlich herumkommt, also zu sagen, dass man auf Sachen später zurückkommt oder wenn man nicht weiß, jetzt müssen Sie eigentlich drei verschiedene Themen gleichzeitig bearbeiten, wie bringe ich die in eine lineare Reihenfolge, die ein Text ja enthält. Das fand ich eigentlich sehr hilfreich. Ansonsten ist es im Prinzip ein bisschen so, wie dass man auch einen Text selber als eine Art Gespräch mit dem Leser, der Leserin sehen muss. Das heißt, man muss sich überlegen, wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzen würde, wie würde ich das erklären, in welcher Reihenfolge würde ich sprechen und wie würde ich vielleicht auch dazwischen so quasi Regieanweisungen einstreuen, um zu sagen, darauf muss ich zurückkommen oder hier ist auch ein Problem, auf das ich jetzt noch keine Antwort habe, das muss ich hier noch offen lassen, um damit zu zeigen, wie die Gedanken sich auch eigentlich entwickeln. Und ich denke, das kann man eigentlich auch sehr gut in schriftlicher Form tun. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil Texte sind ja im Prinzip auch nur Ausschnitte aus einem Denkprozess, aber ich glaube, man darf sich da auch die Freiheit nehmen, zu sagen, jeder Text ist vorläufig und ich nehme mir auch ein begrenztes Ziel, dass ich versuche, mir natürlich vorher klarzumachen, was dann am Beginn eines Textes ja auch definiert oder beschrieben werden soll und dann ist dieser Text fertig, auch wenn meine Gedanken vielleicht noch nicht fertig sind. Und ich glaube, das ist ganz gut, sich klarzumachen, ein Text ist ein abgeschlossenes Element innerhalb einer großen Diskussion, die auch unabhängig von einem selber stattfindet und dazu macht man einen begrenzten Beitrag und der muss in sich rund sein und das heißt, in sich rund ist, wenn man den Eindruck hat, ich habe am Anfang eine Fragestellung beschrieben und ich habe sie am Ende beantwortet oder ich habe am Ende wenigstens so klargemacht, wie weit ich sie beantworten konnte und dann auch noch offene Fragestellungen identifiziert, die dann am Ende eben auch klargemacht werden, weil die Identifikation von offenen Fragen ist ja auch ein Beitrag zu einer Diskussion und insofern ist auch ein abgeschlossener Text irgendwo immer noch offen, aber ich finde, das ist ein Teil des Wissenschaftsprozesses, der ja auch was, ja sozusagen Einladendes und Motivierendes hat mit jedem abgeschlossenen Text, ist die Tür zum Nächsten geöffnet. Ja, also es gibt natürlich wirklich echte Durststrecken und ja, man muss auch ein bisschen lernen, dann erstens mit sich zu kämpfen und zweitens ein Gefühl dafür zu bekommen, wo muss man dann auch mal locker lassen, um Blockaden sich auch einfach lösen zu lassen und in der Tat ist es schon sowas, Schreiben ist Handwerk und manchmal auch mühsames Steineklopfen, manchmal ist es dann wieder, sozusagen, kunstvoll und eine Kunstfertigkeit und zwischen diesen beiden Polen wechselt es so ein bisschen hin und her. Ja, jeder Text, den man produziert, ist ja auf der einen Seite auch Reproduktion von anderen Diskussionen, das ist vielleicht sozusagen das Handwerklichste, wo im Prinzip nach den Techniken, die man dann gelernt hat, Literatur ausgewertet, dargestellt und ja, kritisiert vielleicht auch wird und dann kommt sozusagen der kunstfertige Teil der eigenen Gedankenproduktion, die damit versucht, was anzufangen. Und wenn man schwierige Stellen hat, wo die Motivation nachlässt oder wo man den Eindruck hat, ich bin jetzt hier an einem toten Punkt und irgendwie komme ich nicht weiter, ich finde, es helfen Pausen, es helfen kreative Unterbrechungen, wo man sagt, jetzt mache ich mal was anderes, aufräumen, staubsaugen, kochen, Sport machen oder irgendwie sowas, wo dann die Gedanken einfach weiterschwimmen können oder vielleicht auch einfach mal auf was anderes gelenkt werden und dann funktioniert es nachher wieder leichter. Oder man kann auch konkrete Kreativtechniken einsetzen, sich Schaubilder machen, mit Mindmap arbeiten, Probleme versuchen zu visualisieren und es dann vielleicht auch wieder liegen zu lassen, um danach dann weiterzukommen. Also ich finde, es gibt sozusagen verschiedene Routinen, die man entwickeln kann, auch mit diesen eigenen Problemen des Schreibens fertig zu werden. Wenn man mal, ich sage mal, so viel Sicherheit und Souveränität gewonnen hat, sich klarzumachen, das gehört dazu und ich kann auch damit fertig werden. Das fällt einem natürlich leichter, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man schon mal Klippen überwunden hat. Also insofern ist es, glaube ich, ganz gut, sich das klarzumachen und auch damit zu rechnen, dass man damit fertig werden wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.